Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl Senpai Ihr wollt Bunny Girls sehen? Ja, die gibt's hier. Aber nicht so übersexualisiert, wie man meinen würde. Doch wo liegt die Erwartung bei solch einem Namen und den doch eher irreführenden offiziellen Bildern? Vermutlich bei einem Fanservice-Anime wieder Willen. Doch das ist es nicht. Denn wer hinter die leicht durchdringliche Fassade des Hasenkostüms blickt, bekommt ein Feuerwerk an Emotionen und einen der meiner Meinung nach besten Drama-Romacomps der letzten Jahre. Zum einen bestehend aus tiefsinnigen Charakteren, die jeder für sich einen in verschiedenster Form auftretenden sozialen Druck unterliegen und versuchen, dagegen anzukämpfen. Zum anderen liefert die Serie perfekt inszenierte, dynamisch intelligente, witzig-emotionale, hin- und herschießende Dialoge zwischen den jeweiligen Figuren. Und kein Wunder, wenn man sich ansieht, wer die dazugehörige Light Novel geschrieben hat. Der Autor, aus dessen Federn schon die fantastischen Serien Sakurazo, Nopet Naka Nojo oder auch Just Because, den ich persönlich aber nicht gesehen habe, stammen. Bestimmend für den Anime ist das sogenannte übernatürlich anmutende Puberty Syndrome, das sich bei den Charakteren auf jeweils unterschiedliche Weise bemerkbar macht. Es werden tief emotionale Themen behandelt, die verschiedene Facetten von Verlust und Sozialängsten beleuchten. Unser Protagonist, Oberschüler Sakuta, wird gleich am Anfang mit einer ersten Ausprägung des Phänomens konfrontiert. Die eigentlich bekannte und beliebte Teenschauspielerin Mai streift in einem Hasenkostüm durch eine Bibliothek voller Menschen. Doch niemand erkennt sie. Niemand bemerkt sie. Niemand. Außer Sakuta. Dieser nimmt sich ihr an und hilft Mai, sich ihren selbst geschürten Ängsten zu stellen und sie wieder ins Gedächtnis der Menschen zurückzuführen. Schnell entwickelt sich eine knuffig-innige Lavi-Davi-Beziehung zwischen den beiden, doch das soll nicht das einzige zu bewältigende Puberty Syndrome in seinem Umfeld bleiben. Die Charaktere kämpfen jeder für sich und mithilfe von Sakuta gegen ihre Problemchen. Ob Koga, die unermüdlich beliebt und geschätzt werden will, die Liebe um jeden Preis verlangt und damit sich und Sakuta in ein täglich größtes Murmeltier-Situation bringt, oder auch seine Schwester Kaide, die wegen eines Mobbing-Vorfalls in ihrer alten Schule eine Amnesie erlitten hat, sowie eine Persönlichkeitsveränderung durchlebt. Vergessen darf man aber auch nicht Ryu, die mit ihrem Körper einfach nicht zufrieden ist und auf dann spezielle Art und Weise Aufmerksamkeit sucht. Oder Nodoka, die an Minderwertigkeitskomplexen leidet, weil sie denkt, dass sie nie an das Talent von ihrer Schwester Mai herangekommen wird und sich da in ihren Körper wünscht. Aber auch Sakuta kämpft gegen seine Probleme wie Kaides Amnesie heftigst an und sucht Verständnis bei der erträumten Shoko. Alle Charaktere haben tiefgründige, herausfordernde, aber auch nachvollziehbare Persönlichkeitszüge, was Cicero zu einem absolut glaubwürdig authentischen, wenn auch nicht unbedingt hyperrealistischen Konstrukt macht. Das soweit zur Story. Die Animationen stammen aus dem Hause A1 Pictures, die gewohnt solide Animationen und ein passendes Charakterdesign ab. Keine Over-the-Top-Szenen, wie beispielsweise bei Demon Slayer oder künstlerisch à la Bakemonogatari, aber das braucht es hier auch nicht, da der Anime von seinen Figuren Dialogen und Emotionen liebt, welchen den Alltags-Slice-of-Life-Szenarien eine beispielsweise Atmosphäre verleiht. Aber auch die musikalische Untermalung trägt zudem mehr als nur stimmigen Gesamtbild bei. Ob Opening, Ending mit absoluter Sing-Along-Garantie oder die OSTs, alles passt punktgenau. Und um hier noch eine kleine Ebene weiterzugehen, folgt die Serie mit seinen Puberty-Syndromen, sowie den rationalen und irrationalen Erfahrungen, wie auch Wahrnehmungen, die sogenannte Erkenntnistheorie. In dieser geht es grob gesagt um die Frage, was denn nun wirklich ist. Aber eigene Wahrnehmungen, auch wenn diese nicht erklärlich ist, Teil des normalen Alltags ist, also in diesem Fall die jeweiligen übernatürlichen Phänomene, welche die Charaktere unterlieben, oder auch was an Erkenntnis und Wissen denn wirklich sicher und allgemeingültig sein kann. Das aber nur als Anschnitt, wer das nachlesen will, dem verlinke ich das Ganze mal als Wikipedia-Artikel dazu. Die Moral der Show steht also schon wie bei Sailor Moon angepriesen für den Kampf um Liebe und Gerechtigkeit zwischen Partnern, Freunden und Familie, verpackt in einem dermaßen magischen Gesamtambiente. Da ich aber selber auch mit den anfangs beschriebenen Fanservice-Vorteilen gemutmaßt hatte, war ich umso erstaunter, was der Anime dann am Ende wirklich war. Der Abschluss der Serie und der Film sind auch gut gelungen und sind nicht nur auf Kauf den Manga, die Light Novel oder sonstiges ausgelegt und die anderen 90% des Plots zu erfahren, wobei ich natürlich nichts gegen eine Season 2 sagen würde. Da ist halt die Frage, hat man da noch genug Story? Grundsätzlich würde ich sogar auch wirklich die Light Novel lesen wollen, wenn es denn ginge, denn wie in so vielen Fällen gibt es leider bisher keine englische Besetzung. Alles in allem kann man die Folgen sehr genießen und die Zeit vergeht auch wie im Fluge. Ihr merkt schon, ich komme da aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Also Fazit, der beste Weg, das Ganze zu verstehen, zu erleben und zu fühlen, ist durch Selbstsehen. Ich kann Ihnen getrost jedem empfehlen, der drama-gespickten Mystery und Rom-Com-Mark. Für mich eine der Top-Romance-Serien, überhaupt mitunter einer der schönsten Pärchendynamiken zwischen Mai und Sakucha. Den Anime kann man aktuell auch ganz legal bei Crunchyroll anschauen und nein, das ist kein Prog-Plays. Und wie immer gilt natürlich, als es hier Gesagte ist und bleibt meiner Meinung. Wenn euch die nicht gefällt, dann macht doch ganz einfach mal ein. Wir sehen uns beim nächsten Video, euer CityBlue.